Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim in Vertretung für den Martin und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 18. November. Heute haben wir dabei Google Pay, Google Fit, Google Maps, YouTube und Revolut. Also die große Google-Folge heute. Fangen wir mit Google Pay an. Die Neuigkeiten sind, dass sich Google Pay optisch verändern wird. Es wird ein bisschen schöner gemacht und vielleicht noch mehr. Das wird nämlich aber erst heute verkündigt und eventuell haben wir dann morgen im Daily dazu ein Update. Auf jeden Fall tut sich da was. Genauso wie sich was bei Google Fit tut. Das ist ja die Google-App rund um Quantified Self, die ganzen Daten, die man so über sich aufnimmt, Gesundheitsdaten, Fitnessdaten und Co. Die gibt es halt für Android und iOS und die ist überarbeitet worden. Sieht jetzt optisch besser aus und ist auch funktionell ein bisschen besser geworden. Zum Beispiel können jetzt auch Schlafinformationen in Google Fit übertragen werden. Unter anderem halt auch vom Ora-Ring, den ich ja selber auch rund um die Uhr trage und wo ich mein Schlaf mittrecke. Für mich auf jeden Fall ein Grund, dass ich mir die App jetzt auch nochmal angucke. Eigentlich bin ich ja mit Apple Health eigentlich ganz zufrieden gewesen. Und nächstes Thema Google, Google Maps. Auch da hat Google Neuigkeiten verkündigt. Die werden aber wie so oft auch gerade bei Google Maps erstmal in den USA getestet. Es gibt ein Layer, also ein Karten-Layer, eine Kartenebene, die ihr einblenden könnt. Das ist der Covid-19-Layer, wo ihr dann seht, wie und wo die Infektionszahlen sich bewegen, befinden, wo die Hotspots sind. Und dann eher was Praktikables, Essensbestellungen. Die können dann in Zukunft auch direkt aus Google Maps rausgestartet werden. Und man soll da wohl dann auch sehen, wann und wie das Essen geliefert wird und wo es unterwegs auch gerade ist. Also Live-Tracking für Essensbestellungen. Jetzt auch nicht was Mordsneues, aber in der Integration mit Google Maps auf jeden Fall. Die Google-Tochter, YouTube, die hat ein neues Anzeigenformat angekündigt und zwar Audio-Anzeigen. Audio-Anzeigen, aber nicht für YouTube-Music, sondern schon für das normale YouTube. Denn ganz viele machen YouTube im Hintergrund auf und hören dann Podcast oder hören auch Musik. Und diese Person soll man dann entsprechend ansprechen können mit Audio-Ads, die dann auch inhaltlich eher aufgebaut sind wie klassische Radio-Ads oder Podcast-Ads und eben keine visuelle Kommunikation erfordern. Schauen wir mal, ob sich das wirklich so durchsetzt und wie das auch ausgespielt wird. Das heißt, wenn ich mir ein Video angucke und kriege dann ein Audio-Ad, finde ich es vielleicht auch komisch. Aber vielleicht wird es auch intelligent ausgesteuert und die wissen, dass ich das Video nicht gucke. Google weiß ja so vieles. Schauen wir mal, was daraus wird. Und letztes Thema für heute, Revolut. Die Banking-App, der Banking-Dienst, den ja auch der Martin sehr gern mag, genauso wie ich, die haben jetzt Open Banking angekündigt. Was heißt Open Banking? Das bedeutet, ihr könnt Bankkonten anderer Banken direkt in der Revolut-App verwalten. Also ihr braucht nicht unterschiedliche Apps für verschiedene Banken und Konten. Gäbe es auch schon in der Vergangenheit von anderen Anbietern. Also auch kein riesen neues Ding, nur ein neues Ding in Revolut. Da geht dann zum Beispiel die Comdirect, die Commerzbank, die Deutsche Bank, die ING, die Bar, die Sparkasse. Und ihr könnt dann innerhalb der App sogar Revolut, das ist ja Prepaid, also ihr müsst ja aufladen, damit ihr es ausgeben könnt mit eurer Revolut-Karte. Ihr könnt direkt aus eurem anderen Bankkonto Revolut bzw. die Karte aufladen. Und dafür braucht ihr dann noch nichtmals eine entsprechende E-Bahn oder sonst irgendwie vornehmen, weil das irgendwie integriert verknüpft ist. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich werde es mir aber auf jeden Fall angucken, weil wie gesagt, ich bin ja auch großer Wert übertrieben, aber auch Revolut-Nutzer. Und das war es schon für heute. Ich hoffe, wir hören uns eventuell morgen wieder. Ansonsten hört ihr den Martin morgen wieder und bekommt da die Daily News. Also bleibt positiv, habt einen schönen Mittwoch und bis dann. Hört mehr Geek Talk.